hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge let's play s&p live dream so wie ihr wie ihr wie wir ihr seht habe ich jetzt mal offscreen dafür gesorgt damit wir hier ein haus haben um nicht immer fünf milliarden kilometer laufen zu müssen um eben sondern auch zu kommen so dann überlege ich mal was diese folge machen könnten ich habe eine letzte folge schon als polizist beworben ist leider keine neuen neuigkeiten ich weiß auch nicht wie lang das noch dauern wird ich bin mal sehr gespannt und ja ich habe mal überlegt was wir machen könnten wenn das ganze mit dem mit der polizei nicht hinhaut und zwar dachte ich mir ich darf in der stadt fahren das sagt es mir nicht das denke ich mir jetzt und zwar dachte ich mir damit wenn das ganze nicht funktioniert und ich bin ganz ehrlich ich habe keine ahnung ob es funktionieren würde oder nicht wirklich null dann werde ich vermutlich für diese und das ist noch mal schnell die ganze ist klar wartet eine sekunde hier die autos abschleppen das ist noch ganz interessant angehört wo ich mir das mal durchgelesen habe im forum das ist dann so eine zweite wahl falls irgendeine bessere idee habt könnt ihr das natürlich in die kommentare schreiben aber ich denke das ist alles im bereich des möglichen ich frage mich gerade wie viele leute halten sich eigentlich an die ampeln ich denke nicht so viele das würde ich jetzt einfach mal schätzen weil naja man muss stehen bleiben und so war auch meine argumentation ist heute wieder erstklassig naja obwohl ich weiß ehrlich gesagt nicht wenn ich schätze müsste würde ich sagen es sind nicht so viele aber wissen definitiv nicht ja das jetzt auch schon wieder alles was ich für diesen wort zum reden hatte ja was wir uns machen was ich doch gar nicht gesagt habe ist ich mal was es denn für jobs gibt wo ich vielleicht mal einen anderen annehmen sollte mary interesting sind die da unten neu sind die neuen ich weiß es nicht es kommt mir so vor das macht ein elektroniker ja das hätte ich mir jetzt auch denken können ich weiß gar nicht wird jetzt automatisch angenommen hier auswendig oder kommt dann noch mal so ich glaube da kommt noch mal so ein extra jetzt dann probieren wir es doch einfach mal aus ja ich habe keine ahnung was das ist aber ich bin ja auch hier neue sachen auszuprobieren oder neue sachen zu zeigen wahrscheinlich ist das gar nicht neuste und ist das schon seit jahren und ich habe es einfach nicht gemerkt na ja wir gehen mal kurz slash help und gucken wo das ganze ist wo ist denn hier shop befehle jc oder nein ach das ist der job chat hier shop 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 ja das ist nicht richtig so dein checkbank ist jetzt gut dann fahr wieder mal schnell hin gucken was wir da machen ich weiß wirklich überhaupt nicht was ich mir darunter vorstellen soll ja okay da das ganze geht der sandreas ist unser spiel wahrscheinlich auch schon alt ist was es wahrscheinlich ist relativ alt kann ich jetzt nichts großes erwarten aber ich schätze mich muss irgendwo hinfahren und dann den befehl eingeben und dann wieder zurückfahren das jetzt so das erste was wenn uns hinkommt was es sein könnte eventuell naja ich weiß es nicht außerdem hatte ich doch geld gespart um mir ein besseres auto zu kaufen nicht ich glaube schon wenn ich so viel geld habe weil ich sparen wollte ich habe mir gestern aus überlegt mir ein motor zu kaufen weil man damit flexibel ist ja dann dachte ich mir aber ist okay das ist geht ja da habe ich ein auto oder baue ich eigentlich kein motorrad und das ergibt voll sinn also dachte ich mir so nein lieber nicht ich merke schon heute wieder richtig ab mit dem kommentieren naja wo muss ich denn überhaupt hin ach da vorne gleich ich dachte schon hä stadion was ist da los aber da vorne hier okay ich packe mal hier das merkt eh niemand wenn ich die tür zu packe äh motor auto ist ja schon abgeschlossen gut na ich lass mal die kleidung dann shop lock shop lock shop lock oh mir wird glaube ich gerade klar für was die äh diese ähm zahlen oben stehen ja gibt es nicht äh hier ein gang schaltsystem kann man nicht schalten so die gänge ihr wisst was ich mal ich glaube schon ich weiß nicht über welche taste okay ähm start elektro zum dienst motor ähm ah ok äh für die es interessiert man schaltet mit numpet 8 und 28 ist wie man vielleicht sich denken kann hoch und 2 ist gut das ist ein bisschen blöd wenn man meine maus zu übergreifen muss aber ich glaube ich glaube ich im zweiten gang bleibt dann passt das dann passt das schon gut war die mark ab und tue was ihr vorgeschrieben wird dann man muss man auf dem weg zum ersten mark mal gucken ob wir dann wirklich was machen müssen oder ob ich dann einfach ja zu dem mark fahr ich schätze es wird leider ersteres sein weil dann geht das andere ist leider nicht so viele möglichkeiten das ganze zu simulieren sage ich mal aber warum wir nicht ich weiß immer noch nicht wie schnell meine stadt fahren darf scheiße stecken bleiben und das hat schwächere bremsen als ich dachte so ammels grün wie lange können eigentlich die ampeln denn geht das andreas längstens rot bleiben hm das war aber ganz ganz dunkel weil oder gibt es viel funktionen von der boah das wäre richtig das wäre richtig böse gibt es viel funktionen in den ampeln und man müsste dann einfach mal ja 30 minuten warten okay das würde wahrscheinlich niemand machen aber naja jeder würde erstmal anhalten jedenfalls die die versuchen sich irgendwie an der stv zu halten also ich würde anhalten ach ich kontrollieren kontrollieren ich kontrolliere die blitzer ich steige gleich wieder ein ach ach ja jetzt wird mir wirklich einiges klar ach so okay das finde ich eine coole idee auf jeden Fall muss ich jetzt hier warten naja jetzt bestimmt hätte ich warten müssen oder keine ahnung so ist ja nichts gibt es irgendwo da vorne oh man merkt schon im zweiten lang fährt man langsamer los naja dafür muss ich nicht ganz über meine maus drüber fassen und dann irgendwie so machen ob du es so machen naja jetzt wenn ich mal am besten das machen und man sieht denn da überhaupt hier wortsalat ne heißt das so mal gucken ich werde nicht mitspielen aber ich kann auch mal schätzen was es sein kann hier geschwindigkeit 80 kamera steht es ja runde 2 also an diese schalten muss ich mich noch gewöhnen auf jeden fall das ist was da braucht man mal einen tag für oder auch einen halben wenn man zwar benutzt warum hat eigentlich dann mein auto keine entgangsschaltung das ist nur ein bisschen verwackt hm ich weiß es nicht ich hab keine ahnung hier und was geht denn hier mit den ampeln ab was ist denn was konnte das denn heißen ich hab wirklich keine ahnung hier muss ich hin fahr ich kurz runde uiuiuiuiui das war ganz schön knapp was heißt es denn jetzt nisch drüben ach so das wird einem einfach nicht gesagt ich weiß wirklich nicht was es heißen könnte nein ich hab keine ahnung kontrollieren und ich sehe wir sind gerade schon wieder über die folge hinaus ja deswegen hoffe ich euch gefallen ja scheint nichts mehr wieder ein um zu sehen wie wir hier weiter als elektroniker sachen reparieren ja hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal bis dann und tschüss bis dann